ich mittlerweile auch was runterfallen oder nicht warum bewegt sich das schwein jetzt nicht ja das schwein sie sind störrisch die haben eine neue k gekriegt wusstest du nicht weil jeder ist ein neuer bullshit hat keine ki kommt denn da noch alles in schweine kuh hier zwei schweine drin ah ja und bums und bums und jetzt können die bums und ich hole mal hier die hühnchen ja wie gesagt kann es dann auch nicht zu graben ist dann hier ein mini schweinchen gut schweinegehege also auch so weit durch und so hat man gesagt wie viel stufen man hat neun das wird übrigens dann dunkel brot ich denke dann auch gleich mal dran hier saplings hin zu pflanzen damit hier mal die das hier nicht alles wieder so kahl aussieht ja und dann ja machen wir den tunnel fertig ich gehe dann gleich in nether und hole noch die zwei die nether ein oder haben wir noch haben wir nicht mehr ne ok dann gehe ich kurz in nether weil das direkt eine burg vor der nase bei dem portal keine ahnung kann ich kurz hingehen und dann ist das gut so auf ihn falschen tun mal da lang jojo das ist richtig so jetzt immer hier das hin drei vier fünf ich bin nur auf dem weg in die hölle du kannst du dann glaubst du legen wenn du willst warum moment ist ja alles tut die dort 6 6 die grünen die zählten der nunme 1 2 3 4 5 pfui 7 8 9 10 nether geräusch 9 9 10 es doch auch und sagen ich ist nicht eigentlich kubin derruppe davon kommen wird und wenn für aber ständige wieder im fahrern verloren 1 2 3 klinz scheuß ist drüber und das wird schon erst so dass die niederlöde acht 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 neun wo ist denn der gast zum teufel gegner ich denke warum bewegt sich der komische himmel auf einmal so schnell wo du den gast hast wo ist der gast so ich wurde mich jetzt einfach mal gerade durch und ich müsste sollte er theoretisch dann da irgendwo auf die höhle stoßen also auf unseren unseren gang weil ich also ist das eine riesen höhlenanlage hier in dem meter wo ist denn der scheiß gast wo soll ich hatte müssen was den scheiß gast doch gast sein nee weil wenn ich dann die burg hin rennen dann habe ich gleich keine ahnung wie viele dinge am arsch kleben super spitzhackel im eimer und habe ich noch eine ja gut weiter geht es der minenarbeiter ich hasse es wenn ich hier nur höre aber nicht sehe da weißt du nie wo du dran bist ja getroffen hast rein aber richtige er kann ja bleiben so und so und dann hier weiter alter schwede jetzt haben wir jetzt aber auch hier ein gang schacht system hier gebaut ja das ist aber ich finde es nice wenn du schnell da in diese dinge rein willst muss nicht immer das tor aufmachen da rennen die viecher raus auch scheiße so hast du jetzt eine doppelte sicherheit quasi ja es geht ne so hauen sie in den keller ab wie viel brauchen wir netherrack reichen da 35 oh ne das sollten schon oder da muss ich jetzt passen mach mal lieber ein paar mehr ich finde es auch doof dass man diese netherbricks da nicht nicht selber herstellen kann ja das ist ungünstig bisschen doof ja schöner gewesen wenn das gehen würde aber naja gut dann kann ich alles haben so aber 60 reichen oder ich mach das deck mal voll und dann also ich könnte natürlich sein dass man die jetzt vielleicht doch herstellen kann aber ich glaube nicht dass jeder der eingeführten 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 der netherrack leckt wieder rum wie immer ein komisches gefühl ganz tief deep so so nethergeräusch muss das sein ja zwischendurch naja toll bis du kommst alter so aber ich hab jetzt ein ganzes ja das hat meine freundin auch immer gesagt bis du kommst bis du kommst oh man ich mach mich gerade selber schlecht merkst du ja ja ich weiß das ist immer an einer gewissen uhrzeit fängst du damit an oh scheiße aber da aber davor kommt die mitleidsphase da versuchst du erst das öffentliche mitleid auf dich zu ziehen echt ja sagst du immer wie schlecht es dir geht wie alt du doch bist und was weiß ich was und dann kommt dir selbst schlechtmachphase okay das ist standard ich hab also so meine phasen sagst du genau richtig bist eigentlich so ja so mädchen weißt du ja ich versteh schon okay gut ja oh man irgendwie geht's mir nicht beschissen ey ich hab nix hallo 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 so ich bin ja jetzt demnächst jingelsprecher hab ich ja auch jetzt schon gehört ja was willst du mehr wo machst du dir jetzt ein 3 breit bitte achso du hörst nur ja für die für die wandverkleidung du blöd machst ja ja tut mir leid schon spät hallo hallo aber erst mal Flamen ne alter lassen Kripp am Gehege hallo hallo lassen 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 Kripp und Rieberlöhnen kommt ja auch nicht da kommt er besser hallo toll ich habe ein Schwert ja ich habe ein Schwert ja ich habe ein Schwert überhaupt so ein bisschen weeter aufgesammelt hallo hallo scheiße hallo hallo der darf nicht in unsere Anlage so tot meine xp so hm wo bist du ach da ich vermehre nochmal kurz die Schweinchen wenn das geht ja geht jo so boah dann haben wir jetzt hier gleich den Tunnel auch schon wieder fertig meine Güte dann haben wir auch geschafft hm ich sagte das geht schnell du hast gemeint das so lange dann gib mir echt die Stimme flöten ja mir kratzt das auch die ganze Zeit im Hals ich weiß nicht woher das kommt das ist ein bisschen unpraktisch ach siehste guck mal ich muss ja nachher noch darf ich nicht vergessen ich muss unbedingt das Rennen dann starten ja ich auch von dem lustigen Let's Play wovon ich jetzt noch nichts sage aber voraussichtlich wenn ich jetzt mal sage bis die Folge hier online kommt ist dann eh schon rum voraussichtlich aber sag am besten nichts ja man weiß ja nie was passiert genau so ja ich bräuchte eine Spitzhacke hast du zufällig noch eine? äh ja und boah vielmal dank wenn meine Tasche nicht voll wäre ja so du hast nicht zufällig noch drei Türen dabei? ne leider nicht also Zäune kann ich dir anbieten ja die habe ich habe ich schon ich hole mal die drei Türen ich hole mal die drei Türen aber das ist krass ich habe jetzt sechs Level hast du nur durchs Puddel hast du äh Brick habe ich was? Brick stone Brick stone ja gib mal ein bissl ich muss da oben den äh bestand fertig machen ja hast du auch noch die Stüfchen? nein mit Stüfchen hast du dich befasst letztens ja habe ich aber auch keine mehr keine ahnung habe ich wahrscheinlich abgelegt schein nicht so egal geh ich erstmal hoch hopp 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 boah alter die scheiß Spinne man was war das hier? alter voll hoch gezockt boah das jetzt mein linker Lungenflügel kollabiert mach doch mach doch komm nicht wieder mit deinem Lungenflügel ich krieg nur Lachfleisch ich schlag da schon wieder mit seinen Scheiß zu witz guck wie hört euch das an? da draußen ist ne Kuh wie kommt die da raus? hast du drüben offen gelassen? sind doch einfach Kühe die da draußen laufen auch Tiere rum wenn man da draußen eine rumläuft heißt das doch nicht, dass die von uns sind bei unserem Glück denke ich schon dass die von uns sind weil alles viel zu pessimistisch ach Klappe boah jetzt bin ich aber auch hier ich hab jetzt hier Cobblestone wieder in der Tasche anhängt und alles nur weil ich hier diesen lustigen Tunnel gebuddelt hab Pass auf um und das ist uns messen Wasser richtig? ja aber da kommt es nicht aber gut aufgefasst er hat er jetzt wieg 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 macht es bei dir Taschen voll Taschen voll Taschen sind voll So, ich bin nochmal auf dem Weg nach hinten Weil ich brauche Dingens, drei Türen So, jetzt kann ich auch mal kurz gucken Was ich dir da mitbringen wollte Oh, wir haben hier noch nähter Ziegel Hä, was ist denn da für ein Tunnel da oben? Tunnel Und da ist eine Fackel drin Warum? Oh, lol Waren wir bestimmt schon mal, Fragezeichen? Keine Ahnung Ach, da ist bestimmt hier wieder so ein lustiges Fake-Loch von dir Pass auf, dass du nicht runterfällst Von ganz am Anfang Ich wollte gerade irgendwas holen Mann, du bringst dich raus Was wollte ich denn holen? Ich wollte das Stiefchen holen Zum einen wollte ich Stiefchen holen Dann wollte ich aber noch was, drei Türen Hast du auch schon wieder vergessen, ne? Nein, habe ich noch nicht gesagt Genau, hätte ich jetzt auch gesagt Okay Taschen voll und Wende fertig Smooth Sandstone brauchen wir Äh, da habe ich noch acht Stück in der Tasche und das war's Das müssen wir auch immer machen Ich mache, weil ich bin eh schon dort Da sind wir hier diesen ganzen Cobblestone-Bohr, Alter, Cobblestone-Bohr, da können wir uns totschmeißen mit Ja, ob es das ist, das ist eine Cobblestone-Bohr, da muss eine Cobblestone-Schlacht machen Ne, ey, und Eisen, 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 woher, oh, ich geb' mehr Gib' mich Eisen Ne, also eigentlich hatte ich an einer anderen Plan, wir machen ganzes Lager so weiß, so 300 Kisten, die machen alle vollen Pflasterstein Äh, okay Ist ja nicht größenwahnsinnig oder so Boah, ich bin Gar nicht, wo denkst du hin? Hier, ich hab' dir dein Sandstein Röhm, kommt, kann zu mir momentan liegen da, ja, doch, oh, mal hin, im Moment, die Taschen voll Politiker So, die Stufen hab' ich Boah, hat geklopft, geht mir auf den Sand Rums, Rums, Rums Och, scheiße, ich hab' keine Spitzhacke, kannst du's mal hier wegmachen? Ich hab' dir meine Spitzhacke gegeben Das ist mal hier die zwei Ach, Alter, die scheiß Schweine, Mann, das gibt's doch nicht Ach, fuck Hier, das da oben, mein' ich, dass ich hier durchkomme, weißt du? Hier über uns direkt Genau, perfekt So, hab' ich noch Weed So Komm, der Hauptsache, die Schweine Weißt du, sonst rennen sie dir nicht hinterher, aber dann, wenn du's nicht brauchen kannst Ja, ja, normal Normal, normal, normal So, alles schön hier raus Ach, ihr könnt ja schon wieder Liebe machen, guck mal an Boah, geil Moose Brick hat genau gereicht, bis auf den letzten Stein Krass, dann hat so ein bisschen Krankenhausoptik Jetzt könnte ich mal hier wieder ein bisschen runterstellen, die Geräusche, weil die habe ich ja nur vorhin gebraucht, das ist mir hier nämlich alles viel zu laut Und dann könnte ich die Mucke wieder ein bisschen hoch drin Und dann alles gesamt ein bisschen runter So Äh, wo haben wir denn Aber ich kann jetzt gleich nochmal Spitzhacke machen, ey So, komm wieder Im allerwertesten Ich hab' keine Axt mehr So Spitzhacke hab' ich auch keiner Muss jetzt alles für alles die Schaufel halten Die Chuck Norris ist spitze Boah, scheiße Hast du noch, hast du noch einen, äh Ach nee, sagt nicht, du hast Einen was? Einen, äh, Sense Zone Smooth Ja Ich hab' übrigens noch Ziegel in der Hand, fällt mir gerade ein Ja, na, na, da muss ich, ich brauch Ziegel Ich hab's wieder aufgenommen Äh Hinter dir Das ist mir nicht reingefallen Ja Hab' ich Das ist also auch so, ich hab' die aufgesammelt Wurscht 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 So ist jetzt auf jeden Fall mal hier alles schweinesicher So Wir reichen aber noch nicht, da brauche ich mehr Was? Ziegel Bricks Alter, was sollen der Scheiß jetzt Oh, ich hab' keine Spitzhacke So Alle It's Mikeys Job Die umzudrehen Weil ich nehm' die Handkante Was? Ne, ich hab' auch keine Spitzhacke mehr Ich muss jetzt erstmal zurück zum Lager Ich muss erstmal Kabblestone los Jojo, mach mal Brickstones machen Mach mal Dann sind wir nämlich dann bald schon fertig, ne? Wenn der Tunnel hier steht, dann Was ist das? Ja Dann haben wir's Jo Sag mal kurz nach der Festplatte, Linsen So, wieder da Muss mal aufpassen, weil dann werden die Ruckler nämlich sehr starken Ich hasse das wie die Pest Ich mach mal die Decke fertig, ne? Mit Ziegeln und Oh scheiße, der Glowstone reicht nicht Ja, und ich brauch' ein bisschen Sturm noch 1.9 Dann kann ich nämlich jetzt die Wände da noch verkleiden Und dann haben wir das da auch soweit erledigt Endlich Und dann haben wir vier Stunden Minecraft gespielt Am Stück Ja, nur für die Team Tierfarm Muss doch allein sein Krasser Scheiße Ja, schon, oder? So, das da, das da, das da, das da Ach scheiße Ach scheiße, ich wollte doch noch ne Spitzhacke machen Bitte, Spitzhacke Oh je, der Kost dann reicht nicht Oh je Nein, ich bin nicht schon wieder in die Hölle Ja, dann lassen wir das erstmal Machen wir das mit dem Glowstone einen anderen mal Zwei, drei, vier Ach, ich guck mal, vielleicht haben wir da noch was in der Kiste rumfliegen Hast du an die Slaps gedacht? Ups Weil da liegt noch Cleanstone drin Ich bring's mit Erstmal jetzt die Wände hier verkleiden So, 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 so Oh, wir haben doch noch ein bisschen Cleanstone Aber nicht mehr die Welt Ja, aber ich hab ja wie gesagt Einen Haufen Cobblestone in die Öfen gepackt Ich hab allerdings die Öfen nicht angemacht Ah Das müssten wir dann noch machen, aber Ich fliege Ich fliege Kein Kommentar mehr heute, ja So, ich geh jetzt in die Hölle Das kratzt mir jetzt am Ehrgeiz Wo bist du? Da Du kriegst von mir noch die Stufen Liegen hinter dir Und ich geh jetzt kurz in die Hölle Ich hätte nämlich gern noch den Glowstone für da Okay Er kann sonst heute Nacht nicht schlafen Genau Ich, äh Wache dann schweißgebadet auf Weil ich da kein Glowstone mehr hab Oh man Die Vorstellung ist auch der Hammer, ne? Ich was auch auf Oh scheiße, kein Glowstone Voll versteht Er schläft Er schläft weinend ein Und schreit Und wacht schreiend auf Ich werde nachts von meinem eigenen Geschrei wach So jetzt Nähter Geräusch Ach der ist mir zu dumm